Tja, hier hinten fehlt natürlich noch was. Mini-Projekt SE. Kein Auspuff oder ähnliches zu sehen, alles ziemlich clean. Und ja, weil es gar so clean ist, natürlich hier ein Heckansatz von uns. Erstmal Probe-Montage, kurz mal dran halten. Das haut soweit ganz gut hin. Hier könnt ihr noch ein bisschen in der Position spielen. Also der Heckansatz selber soll ja ein bisschen sportlich sein, also sprich auch ein bisschen nach oben kippen. Die Diffusoren sollen nach oben kippen, also nicht so montieren, sodass ihr nach unten guckt, dann habt ihr vor allem hier so einen Abstand, sondern nach oben mit dem Ganzen. Hier ist es bei der Montage ein bisschen tricky. Wir können dieses, ich ziehe das Klebeband ab, schwierig machen, weil wir ja nur hier ein Klebeband haben und hier Klebebänder. Genau. Das heißt, der erste Kontakt muss funktionieren. Als allererstes natürlich reinigen. Und hier machen wir das Ganze dann auch mit Primer, weil da oben relativ wenig Verbindungsstellen sind. Stellen vor allem wichtig, schaut euch immer an, wo die Klebebänder sitzen. Hier die Ecke ist ganz wichtig, hier drunter ist ganz wichtig, da kommt nämlich ein bisschen Spannung drauf. Hier haben wir jetzt oben alle Schutzbänder abgemacht und die unteren ziehen wir dann wieder raus. Als allererstes natürlich vor allem links- und rechts ausmitteln. Hier in der Mitte drücken, weil hier ist ja auch das Klebeband. So, schaut auch ganz cool aus. Wie gesagt, das Ganze steht ein bisschen so nach oben. Das sollte auch ein bisschen bringen, ein bisschen Schwung in die Sache rein, macht ein bisschen so eine aerodynamische Form. Ja, und kommt hier schon ein bisschen wieder ein großer, ne? Ja. Obwohl es der kleine, oder was heißt, der kleine Elektro, man darf ihn nicht unterschätzen. An der Ampel ist er auf jeden Fall klar im Vorteil. Ja, dann hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Wie gesagt, am Ball bleiben. Es kommt noch einiges mehr, vor allem noch ganz, ganz, ganz am Schluss von der Serie der Carpon, wie das alles zusammen ausschaut. Ja, und ich glaube, das nächste Video wird dann auch schon, werden die Verbreiterungen, die sind echt richtig krass. Also das solltet ihr nicht verpassen. Von dem her abonnieren, dabei sein, teilen und bis demnächst. See you soon. Ciao. Jawohl. dauern 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 wandering dauern nicht komm Bis zum nächsten Mal.